Hallo zusammen und schön, dass ihr hergefunden habt. Die letzten Wochen und Monate haben uns aufgrund der Corona-Krise sehr stark eingeschränkt. Wir konnten unsere Verwandten und unsere Freunde nicht mehr treffen. Die Schule ist ausgefallen und auch bei uns in der Musik- und Jugendkunstschule konnten wir keinen richtigen Unterricht mehr erteilen. Unsere ganzen Veranstaltungen mussten abgesagt werden und so jetzt auch der Tag der offenen Tür der Jugendkunstschule, der eigentlich am 20. Juni stattgefunden hätte und den Tag der offenen Tür der Musikschule, der eine Woche später am 20. Juni stattgefunden hätte. Da wir aber trotzdem hoffen, dass ihr euch alle sehr für unsere Angebote interessiert, haben wir viele kurzweilige Videoclips gedreht und hier auf diese Playlist zur Verfügung gestellt. In den nächsten Wochen werden das immer mehr werden. Wir starten mit der Jugendkunstschule und dann folgen auch nach und nach die Instrumente und Informationen zum Gesamt. In diesen Videoclips stellen sich unsere Lehrkräfte vor. Sie erklären ihr Unterrichtsfach und was auf euch zukommt, wenn ihr das erlernen wollt. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, könnt ihr auch bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir vereinbaren dann einen persönlichen Schnupper-Termin mit der Lehrkraft und dann könnt ihr zu uns in die Schule kommen. Ihr könnt die Lehrkraft kennenlernen und ganz viel erfahren über das Unterrichtsfach und auch ausprobieren. Also, viel Spaß beim Anschauen. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und bis hoffentlich bald an der Musik- und Jugendkunststudie.